Ah, ah, fuck ey, oh man, das muss, oh, das muss ich üben, das, das muss ich sowas von üben, boah, guck doch mal die Perks an, die die haben, alter, Sprintboost, boah, krass, seltener Perk, oh Gott, fürchterlich, okay, das muss ich unheimlich üben, ich muss mal schauen, kann ich denn hier irgendwie bei, siehst du, Qualität habe ich jetzt auf Medium, ist jetzt nicht so, pralle, äh, Hauptlordstärke, ich mache das mal, machen wir auf 70, vielleicht nicht so, nicht so laut dann, oder machen wir mal so auf 60, glaube ich, ist noch besser, ähm, ich suche gerade verzweifelt, die Steuerung führt, nein, nicht Gamepad, hier, Überlebenderkiller, Mausbewegung, die Intensität, der Maus kann ich gar nicht einstellen, wundere mich ein bisschen, okay, Na, jetzt aber, na, aber jetzt aber besser, der Killer sein, ja, auf jeden Fall, definitiv, so, natürlich spielen wir jetzt mal die Killer-Runde, so, ähm, bleibe ich jetzt beim Geist, oder probiere ich jetzt nochmal einen anderen aus? Was haben wir denn noch, den Hinterwender, nehmen wir den mal, komm, probieren wir mal, was haben wir, Ausstattung, achso, den muss man dann auch immer, die Add-ons, achso, die kriegen alle, achso, die kriegen alle jeweils, achso, die haben alle jeweils ein Extra-Level, ah, ja, komm, dann bleibe ich erstmal beim Geist, mach erstmal, erstelle erstmal eine Lobby, Achso, ist das also, das heißt also, du, du levelst quasi jeden Charakter, wahrscheinlich auch bei den Überlebenden, kommen die geilen, wir Kisten, die machen wir mal, Flimmer-Russ, gewöhnlich, okay, ich dachte, wir kriegen hier mal irgendwie einen besonderen Perk, okay, den wir schließen, oh, wir haben schon drei potenzielle Auffahrt, Hol den Controller, ein bisschen Nummer eins, nee, ich glaube, das möchte ich, glaube ich, äh, lieber mit Maus und Tastatur spielen, hab mich jetzt so dran gewöhnt, Okay, ich muss die DPI mal ein bisschen, ein bisschen höher stellen, das ist, glaube ich, ja, ich kann das an einem Maus, an der Maus auch ein bisschen regeln, das ist ein bisschen zu schnell, Ja, das dürfte gehen, okay, achso, ja, ich bin bereit, Fehlt noch ein Opfer, dann können wir loslegen, so, Ich werde mir währenddessen nochmal einen Schluck Kaffee einschütten, wartet mal, So, Ah, so, Klick, Machen wir heute mal so eine entspannte Runde, ne, also jetzt nix irgendwie so, ne, Wird heute sowieso ein bisschen länger gehen auch, Uh, ich glaube, Jetzt geht's los, Es kann natürlich auch passieren, Achtung, ich erwähne es nochmal, Es kann natürlich auch passieren, Dass ich, äh, 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 Ronk, Padoria und Currywurst und so auch mal erwische, Weil die zocken es ja auch, Äh, eben im Let's Play, Und es kann natürlich auch sein, dass wir auch die auf die mal treffen, Ich werde so ablosen, glaube ich, Weil die sind wirklich sehr gut, was ich so gesehen habe in den Videos von denen, Kann natürlich passieren, Ich weiß es natürlich nicht, Ähm, Aber ich glaube heute nicht, Weil heute, Weil Ronk, glaube ich, heute austreamt, Ja, Außer er müsste es dann im Stream spielen, Kann natürlich sein, So, ähm, Ja, Dann gucken wir mal, Vielleicht wird die Runde ja besser für uns, Bisher habe ich nur einmal geschafft, einen zu erledigen, Aber nicht zu killen, Sondern, Die haben den dann wieder gerettet, Grubenschacht, Das Macmillian-Anwesen, Dann wollen wir mal, Wir maskieren uns direkt, Und gehen direkt in den Unsichtbarkeitsmodus, Damit die sofort Bescheid wissen, wer on tour ist, Das Miese ist ja, Wenn du einen Geist spielst, Kannst du dich ja irgendwo hin positionieren, Als unsichtbar, Ja, Ich glaube, Da hinten sind welche, Gehen wir mal gucken, Gehen wir mal welche begrüßen, Vielleicht sind ja da welche, Oder die haben uns nur jeden gelockt, Ja, So ist besser, Mit der Maus, Uah, Ist doch, Uah, Ist noch schneller, Wie vorher, Alter, Hier ist, Hier ist einer dran, Hier war gerade einer, 100%ig war, Da läuft er, Doch, Hab dich doch gerade gesehen, Komm her, Da läuft er gerade, Jetzt bist du völlig, Alter, Du kannst mir nicht entkommen, Kumpel, Du kannst mir nicht entkommen, Na, Ich treffe nicht, Das gibt's auch nicht, Jetzt aber. So. Einem Rücken. Was macht ihr denn hier? Seid ihr verrückt oder was? Meinst du, ich sehe euch nicht vermittelt für eine Aktion? Alter. Yeah. Ich mache euch alle. Du bist der Erste auf meiner Liste. Auf meiner Gehaltsliste. Yeah. So. Nummer 1 liegt. Den nehmen wir direkt mal mit. So. Und dann schauen wir mal. So, wo hänge ich dich denn auf? Ach guck mal, hier ist direkt ein Haken. So. Zack. Nummer 1 hängt. Und dann geht es direkt weiter. So, wo ist der? Ich habe doch gerade einen gehört. Der eine hat sich wieder geheilt. Okay, er kämpft schon. Oh, er ist tot. Okay. Das heißt also, die brauchen noch vier Generatoren und sind nur noch zu dritt. Ah, so. Der eine hat, ah. Der eine hat Connection Probleme. Hier ist schon der Generator an. Und die Karten sind echt groß. Na ja, sie sind jetzt nicht gerade klein. Ihr seht das ja. Ah, guck mal an. Hier war doch gerade einer, oder? Ihr wollt mich doch auch verarschen. Hier wollt mich doch alle verarschen. Wo ist denn? Aber wie cool dieses Spiel doch einfach ist. Wie cool dieses Spiel ist. Okay, Jungs. Wenn dann, dann... Ah, du kommst dahinten nicht weg, ohne dass ich dich... Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Was war das denn? Was war das denn? Alter, was war das denn für eine Aktion? Willst du mich verarschen? Das können wir auch zerstören, wenn du willst. Dann spielen wir das Ganze hier, den Kisten-Trick. Den kann ich auch. So. Warte ab. Ja. Wo ist der hin? Scheiße. Die sind manchmal so schnell. Das gibt's gar nicht. Ah, da ist er. Alter. Ich sehe dich, du Penner. Ja, zeig doch noch auf mich. Warte ab. Na klar. Ciao. Du glaubst doch nicht, dass ich hier... Du glaubst doch nicht, dass du hier bei mir Punkte fahren kannst, oder? Ich bin ein guter Killer. Ich bin ein sehr guter Killer. Ja. Tschüss. So. Noch mal zuhauen. Was ja so schön war. So, und jetzt gucken wir mal, wo der letzte Kandidat rumschwirrt. Oder beziehungsweise die letzten beiden. Wir gehen mal in den Schleichmodus quasi. Oh, der hat ihn schon befreit. Alter, was? Guck mal da. Guck mal, wer da läuft. Von wegen hier einfach hier die Leute befreien. Ich glaube, er ist hackt. Wo ist die hingelaufen? Scheiße, fuck. Ich hör... Ich hör... Ich hör sie. Da ist sie. Ich hab sie gehört. Wie sie am stöhnen war vor lauter Schmerzen. Du kleine Thomas. Du kleine Frau Thomas. Komm her. Komm her. Komm her. Na komm. Na komm. Ja, meinst du, ich mach die scheiß Kiste nicht kaputt, oder was? Wo ist die hin? Da ist sie. Na komm. Na komm. Komm. Na, alter. Uah. Manchmal bin ich so hektisch und... Lauf. Lauf, Mädchen. Lauf. Ich will nur ein bisschen spielen mit dir. Lauf. Na komm, lauf. Wo ist... Alter. Du kleine Güre. Du kleines Kackblach, alter. Du kleines Kackblach. Komm her. Ich mach dich alle. Hä? Wo ist sie jetzt hin? Hä? Alter. Wo kommt er denn her? Will er mich verarschen? Alter. Wie er am zappeln ist. Wie er mich... Genau. Hü... Ist... Au. Ist leggy gerade. Es leckt gerade. Dermaßen. Das gibts doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Wie das am lecken ist. Okay, ich sollte vielleicht nicht mit WLAN spielen, sondern eher mit Kabel. Alter, wo ist der hin? Fuck. Scheiße. Mist. Guten Abend, Dark Planton. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Wo sind die hin? Fuck. Die brauchen noch einen Generator. Der eine ist zwar... Ich verhülle mich mal als Geist. Komm, meine Kinder. Ich will spielen. Ich will doch nur spielen. Okay. 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 Sie haben den Ausgang. Also sie haben den letzten Generator aktiviert. Das heißt, sie brauchen nur noch raus. Die Frage ist, werden sie jetzt hier... Da läuft einer. Ich hab dich gesehen. Alter. Jetzt bist du fällig. Komm, ich will nur spielen. Komm, bleib stehen. Bleib stehen. Ich will nur spielen. Wo willst du hin? Scheiße. Scheiße, fuck. Wo ist der hin? Äh, ich überschlag mich selber. Fuck, wo ist der hin? Nein, die haben das Tor offen. Fuck. Fuck, sie ist schon mal weg. Ich will noch nur spielen. Nur. Ich tu doch nichts. Kann man auch, äh... Weißt du, mit dir Survival Friends spielen? Ähm, ich hoffe, klar, warum nicht, ne? So kann man auch machen, ne? Da ist doch jemand gewesen, oder? Oder war das nur Schatten? Ja, die werden jetzt sowieso entkommen. Jetzt wollen sie mich noch weglocken. Wahrscheinlich. Ja, ist noch... Ja, sind beide raus. Das war's. Das war's. Oh, Mann, 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 oh, Mann. Schon wieder keinen. Was ist besser als ich? Gut, game. Was, killer? Nice, Mann. Ich hab mal geschrieben, ist mein erster Versuch gewesen, also hier, ne? Good luck. So. Okay. Ähm, oh, der Geist gefällt mir, der ist echt gut. Von dem, der ist unsichtbar. Worum geht's bei dem Spiel? Ähm, du kannst halt quasi, du spielst halt, äh, vier gegen einen Multiplayer. Ja, ist das. Ähm, das heißt also, du kannst entweder Killer spielen, oder du, sei ein Killer, dann spielst du halt gegen vier, ähm, Überlebende, ja? Oder du spielst halt einen von den Überlebenden und musst halt gegen den Killer gewinnen. Ne? Wie heißt der in Steam? Äh, Flexi... Oh Gott, jetzt muss ich mal kurz, warte mal, ähm... Reflex, ist es auch Reflex GER? Oder, ne, Flexi GER, glaub ich, ist es. Such mal, such mal... Such mal, Flexi GER? Ich glaube, das müsste richtig sein, weil, weil Reflex GER war schon, glaub ich, vergeben. Weil wenn ich jetzt mit Alter und tabbe, dann ist der Stream, glaub ich, beendet. Dann müsste ich einen Stream neu starten. Also so kann ich jetzt gerade nicht gucken. Oder kann ich hier, warte mal... Äh... Überlebende mit Freunden? Kann ich jetzt... Ach, hier ist die 7-Uhr-Fläche. Viele, viele... Ah, Freunde einladen. Kann... Sehe ich jetzt hier auch, wie ich heiße? Nun, sehe ich nicht. Okay. Zurück zum Spiel. Ähm... Ach so. Aber 4 gegen 1 ist unfair. Ne, ist es nicht. Also zumindest ist es relativ ausgeglichen. Das meint man nur. Weil, ähm... Der hat so gute... Also der kann auf jeden Fall schneller laufen, als wie... Er kann auf jeden Fall schneller laufen, als wie die Überlebenden. Äh... Und hat auch gewisse Perks, wie zum Beispiel... Der Geist kann sich zum Beispiel unsichtbar machen, oder so. Ich kann dir nochmal kurz zeigen. Shift und Tab. Ja, das Problem ist, wenn ich raus tabbe, dann bricht er, glaub ich, den Stream ab. Von der Elgato. Ich kann nochmal eben kurz gucken. Shift und Tab, sagst du? Ach so, Shift und Tab, Shift und Tab, was sind dann... Ach hier, ach so. Ach so, meine Freunde. Ich hab null Freunde. Und zwar... Äh... Derzeitiges Spiel. In den letzten zwei Wochen. Alter. Freunde anzeigen. Äh... Oh Gott, wenn man schon lange kein PC mehr hatte. Das ist ungewohnt. Guides. Schließt das... Spielergruppen, Freund, alle Freunde. Auf Freunde anzeigen. Freunde anzeigen. Ach da. Ach hier. Ja, aber Flexi ist doch nur mein Spitzel. Weil der... Was ist das? Profilname... Profilname ändern? Ja, Flexi. Dann such einfach mal Flexi. Vielleicht findest du das. Weil eigentlich hab ich das ja nur im Profilnamen so beschrieben. Weil Flexi ist ja so mein Spitzel. Oder Flexi G-E-R musst du dann mal suchen. Also entweder Flexi oder Flexi G-E-R. Da musst du mal schauen. Wie gesagt, und ähm... Ja, so unfair ist das gar nicht. Und die anderen und die Überlebenden haben da natürlich auch so Perks. Die haben zum Beispiel so... Die können, ähm... Äh... Sich schneller wiederbeleben. Die können schneller die Generatoren aktivieren. Die können zum Beispiel auch, ähm... Äh... Äh... Fallen deaktivieren von dem... Von dem... Was mein Profilname ist Wolf 87. Okay. Soll ich mal gucken, ob es den gibt? Kann ich den Freundin zu befinden? Geht das? Achso, und dann... Achso, äh... Lol. Ah genau, hier. Flexi G-E-R. Hier sieht man es. Flexi G-E-R. Komm, ich such mal. Wolf... Wolf 780. Hm, gibt's ja so viele von... Spider Wolf, Wolf unterstrich 780. Hahaha. Leon Wolf. Vielleicht gibt's den... Vielleicht gibt's den gar nicht mehr. Weil gibt's wissen sie noch mit Unterwolf. Und Franz, glaube ich, wissen sie nicht. Tausend Suchergebnisse. Such mal, äh... Flexi G-E-R. Hier oben ist mein richtiger Name. Also Flexi G-E-R ist von meinem Profil. Ich hab sogar eine Nachricht. Uah. Also Flexi G-E-R ist auch mein Profil Name. Habt ihr eine Anfrage geschickt? Okay, wo kann ich die jetzt annehmen? Wahrscheinlich... Ah, okay. Ich glaub, ich weiß wo. Ich glaub, hier bei den Nachrichten, glaube ich, ist das, ne? Ne, neuer Gegenstand zugefügt? Ne. Hä? Neuer Gegenstand ist ja nur von Dead by Daylight, ne? Hallo? So, wie kann ich denn jetzt hier... Na, und Zeussi, grüßi. Willkommen zur Let's Play Live Show. Null Freunde online. Wo kann ich denn jetzt hier... Freunde... Freunde hinzugefügen. Boah, ist das... Puh, da muss man erstmal... Da muss man erstmal gucken. Die haben in ihrer Liste noch niemanden hinzugefügt. Ja, ich habe keine Freunde, weil ich so einsam bin. Ich habe keine Freunde. Wofür füge ich denn jetzt jemanden hinzu, der mir eine Anfrage geschickt hat? Oder adde mich. Ah ja, machen wir das so. Genau, pass auf. Mabu 24. Da gucken wir doch mal. Also, falls ihr Lust habt, dürft ihr alle jetzt Mabu 24 adden. So. Mabu 24. Da ist er doch. So, als Freund hinzufügen. So. Freunde hat eine Frage gesendet. Der Nutzer wird ihn... Okay. Super. So. Dann machen wir das mal. Gucken wir mal. Ah, zuletzt online. Vor drei Stunden. Guck an. So. Dann kann man das mit Shift und Tab wieder schließen. Ach, das ist ja cool. Das ist eine geile Funktion. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. So. Aha, aha, aha. Mal ein Schluck Kaffee, damit bevor der zu kalt wird. So. Überlebe mit Freunden. Dann machen wir das mal. Das geht nämlich auch. Dann kann man mit Freunden überleben. So, ich werde ihn mal einladen. So. Einladung gesendet. So. Und dann schauen wir mal. Und das ist jetzt hier. Da kannst du jetzt mit deinen Freunden überleben spielen. Das heißt, du kannst bis zu drei weitere Freunde einladen. Und kannst dann gegen einen x-beliebigen Online-Spieler, äh, der dann den Killer spielt, kämpfen. Oder spielen. Voll geil. Ich feiere das Spiel irgendwie. Es macht echt mehr. Es macht noch mehr Spaß, als wie ich schon dachte beim Zusehen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es macht echt schon. Und hier, wie gesagt, die Charaktere haben hier auch, äh, Perks. Die man hier freischalten kann. Und da ist er schon. Der Mabo ist da. Hallo. So. Alles klar. So, ich bin schon Level 3 mit ihr hier. So, warte mal. Uh, ich hoffe, du verfolgst den Stream noch. Weil ich habe keinen Team-Speak oder so. Ähm. So, warte mal. Mache ich mein Menü schließen? Kann ich jetzt hier? Achso, bereit. Jetzt gucken wir mal. Der liebe Mabu. 24. Der wird mit mir jetzt versuchen zu überleben. Hey, mein erster Steam-Freund. Yay. Sonst habe ich ja immer nur auf der Playstation-Freunde. So. Ach, guck mal. Das geht ja zügig. Dann klicke ich mal auf bereit. Na, gucken wir mal. So. Wie krass aber auch die Zeit. Was? Ach, Wolf 970. Ah, okay. Ja, ich habe diesen Account ja schon seit Längerem. Aber wie gesagt, irgendwann hatte ich ja auch kein PC mehr. Und dann war ja nur noch Konsole. Und das ist schon x, x Tage her, x Jahre her. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Es macht echt Spaß, wieder am PC zu sitzen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es war jetzt so ein bisschen so, ja, noch nicht ganz hundertprozentig. Ist ja noch ein Laptop und alles. Und halt so für zwischendurch mal ganz okay. Wie gesagt, wir spielen nachher auch noch auf der Playstation weiter hier im Stream. Ähm. Wir spielen nachher noch ein bisschen Bioshock. Äh, im Live-Let's-Play und, ähm, Wig möchte ich noch weiter aufnehmen, das Horror-Game. Das war da noch mal ein bisschen reinschauen. Mal gucken. So ein bisschen ganz entspannt heute, ne. Es läuft ja nichts weg. Heute ist ja Freitagabend. Na, ich hoffe, ihr habt euch nichts vorgenommen. Heute wird es definitiv auf jeden Fall länger gehen wie sonst. Also länger wie zwölf Uhr immer. Oh, wir sind im Schlachthaus. In der Coldwind-Farm. Ich bin mal gespannt, welchen Gegner wir haben. So, da hinten ist die Kiste. Da gehe ich erstmal hin. Gucken, was mich da... Da ist noch eine Kiste. Uh, okay. Ah ja, die werden mir ja angezeigt, sobald ich in der Nähe bin. Noch höre ich kein Herz klopfen. Ich habe es gerade erwähnt. Und ich gehe an die Kiste. Ich bin so dumm. Da, 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 da. Nein, war auf. Oh Gott, ich bin der Erste, der drauf geht. Ich wusste es. Ich bin der Erste, der drauf geht. Alter, nein. Ich habe es gewusst. Und ich hin. Nein, und ich sterbe genau. Alter. Und ich sterbe genau im Haken. Wie war das gerade nochmal? Vier gegen einen ist unfair. Ach, über ein Jahr. Ich hab fast, fast, äh Ich hab fast 5 oder 6 Jahre Kein PC mehr gespielt, ich kenn die ganzen Begriffe auch nicht mehr wie Bei mir war, glaub ich, die letzte Grafikkarte War irgendwas mit PCI Express, ich weiß nicht, ob das Immer noch gibt, oder ob es mittlerweile andere Steckplätze gibt Oh Gott, furchtbar Mabu, könntest du mich vielleicht retten? Das wär echt lieb In dem Spiel gibt's so viele Bugs Echt? Ja, kann sein Ist ja auch noch so ein bisschen, ich glaub Ich glaub, ist auch noch early access, ne? Oh, das ist lieb, danke Mabu, danke Öh Ich muss weg hier Oh 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 Nein, Alter, nein Alter, dieser Drecksack, boah ist sehr gut PCI Express, genau Boah ist sehr gut, Alter Äh, ich Ich vergess immer dieses Viren Viren, 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 Viren Okay, das war's Okay Okay Uah Das wäre ja eine schnelle Runde für mich, wenn ich jetzt draufgehe Okay, der campt Der fängt ja an zu campen Nein, nein, tu das nicht, nein, Alter Nein, ich bin es nicht wert Ich bin es nicht wert, gerettet zu werden Hör auf damit Oh Gott Ich könnte vielleicht auch mal Hilfe gebrauchen Ich, äh Ich werde so sterben Oh Gott Ich werde sterben Ja, ich bin gleich tot Ja, ich bin gleich tot Wenn dann nicht jemand kommen würde Oh, das ist nett Aber der ist noch hier Ihr wisst schon, dass er hier ist, ne Ich wollte es nur erwähnen Ich muss weg Ich muss weg Ich muss weg Der ist bei mir, der ist bei mir, der ist bei mir, der Drecksack Der Drecksack ist bei mir Ich muss weg Ich muss weg Uah, ich muss weg Alter Alter Mabu liegt Wo ist denn Mabu? Uah, fuck Mabu, wo bist du? Ich bräuchte deine Hilfe Okay, da hängt jemand Ah, da hinten Ich müsste irgendwie an eine Kiste kommen Dass ich da irgendwie Warte mal, hier unten ist eine Kiste, ne Oh, oh Der ist hier irgendwo Scheiße, fuck Da läuft er Oder? Ne, doch nicht Wie komme ich denn nach hier unten? Ich mach mal den Generator Weil sonst kommen wir nämlich hier überhaupt nicht irgendwie aus dem Quark Aber wir sind ja alle nur am Liegen Boah, wie gut der Killer ist Nein, scheiße, fuck Nie stehen bleiben bei sowas Ja, haha Ich glaub, der kommt jetzt Ja, der kommt, hundertprozentig Mist, jetzt hab ich mich verraten Fuck Move Und immer Zickzack laufen Ist immer gut Oh, hier ist noch ein Generator Den mach ich mal In der Hoffnung natürlich, dass er nicht kommt So Freunde Das kann ein bisschen dauern Und Hallo Hey, kannst du mich heilen? Ach, du bist selber Okay Nein, scheiße War ich nicht War ich nicht Scheiße Wir hätten uns vielleicht vorher heilen sollen Weil wenn der jetzt Oh, wie mies Scheiße Wir haben nicht einen Generator geschafft bisher Fuck Nein, viel zu früh Oh Gott, ich hau ab Der kommt jetzt gleich hierhin hundertprozentig Da hin ist die Kiste Ich versuche mal da hin zu kommen Vielleicht Gibt's ja da mal ein Medipack oder so Gefährlich, gefährlich, gefährlich Na toll Na toll Eine Werkzeugkiste Die kann ich jetzt so gut gebrauchen Ist hier noch irgendwo ein Generator? Den ich Oh, einer ist fertig Das war wahrscheinlich den, den wir gerade gemacht haben Ist hier eh jetzt noch einer? Ich versuche Nein, 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 nein Ich nehme mal ein Werkzeugkit Damit geht's ein bisschen schneller So Oh, er kommt Oh, scheiße Scheiße, der ist hier in der Nähe Was? Die sind alle angeritzt Und einer Mabu hängt Fuck Mabu, ich komme Wo ist der? Mabu, ist der bei dir? Mabu, ich versuche dich zu retten Ich kann dir aber nichts versprechen Scheiße, der hört mich bestimmt Der läuft da irgendwo Ich werde so drauf gehen, hundertprozentig Ich werde so drauf gehen Ich werde sowas von drauf gehen, hundertprozentig Ich werde so Alter Alter Nein, scheiße Scheiße Wie geil das ist Dieses Spiel ist sowas von genial Oh Gott Furchtbar Ja, jetzt werde ich sterben Ich habe mein Leben geopfert Für Mabu Für Mabu Mabu for President Mabu for President Yeah So Oh Gott Oh mein Gott Wie geil dieses Spiel einfach ist Ich werde so drauf gehen, hundertprozentig Ich werde so drauf gehen, hundertprozentig